Du fragst, tut die Kette weh? Ja. Fragst du das laut? Nein. Und das Pferd, was antwortet das Pferd? Ja. Und du, was sagst du? Ich nehme sie dir raus. Und das Pferd? Die bleibt drin. Wie Jesus? Ja. Nur das Pferd heißt nicht Jesus. Nein. Wie heißt das Pferd, ey? Das weiß niemand, was er liebt mir. Sag es mir. Sag mir seinen Namen. E-Koos. Walus zeugte Fleckwus. Und Fleckwus zeugte Neckwus, den König des Schaums. Und Neckwus sprach in seinem Klinkel Klanke. Er sprach, Seht, ich gebe euch E-Koos, meinen eingeborenen Sohn. O-Fers. Langeborenen Sohn. Hj-Koos. 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 In der Nummer 1, was soll ich sein? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich! 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 Wenn die Trompeten klingen, spricht es. Kannst du dem Ross Kräfte geben? Kannst du seinen Hals zieren mit seiner Mähne? Vom Blank seiner Nüster geht Schrecken auf. Es stampft auf dem Boden, es spottet Furcht. Wenn die Trompeten klingen, spricht es. Ach, Mann! Ist das nicht wunderschön, oder? Ich! 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 Ich!